Willkommen bei die Knickpyramide von Daschur. Nachdem der Bau der Medum-Pyramide fehlgeschlagen war, verlegte Snorfro seine Residenz und die offizielle Nekropole nach Daschur. Dort wagte er einen zweiten Versuch, sich eine angemessene Grabstätte zu errichten. Ergebnis war ein Bau, den man die Knickpyramide nennt, das einzige Monument dieser Art in Ägypten. Aber auch bei dieser Pyramide traten statische Probleme auf und sie wurde aufgegeben. Nichtsdestotrotz markiert sie einen architektonischen und stilistischen Wendepunkt und gilt als Symbol des Übergangs von der Stufenpyramide hin zur glattwandigen Pyramide. Die Knickpyramide verfügte zudem als erste Pyramide über zwei getrennte Zugänge, einen im Norden und einen im Westen. Die Grabkammer dieser Pyramide war zu klein für einen Menschen. Wahrscheinlich sollte dort eine Statue aufgestellt werden, die das K, den Geist des verstorbenen Königs, aufnehmen würde. Beim Bau der Knickpyramide experimentierten die Architekten mit einer neuen Idee. Die Pyramide besaß einen Kern aus großen Steinblöcken, die man in horizontalen Schichten verlegte. So konnte jede Bauphase in einem Arbeitsschritt abgeschlossen werden und der Architekt hatte mehr Kontrolle über jedes Gestaltungselement. Leider kam es trotz all dieser Vorkehrungen immer wieder zu Rissen und Einbrüchen in den Innenräumen der Pyramide. Snofru gab die Baustelle auf und begann mit dem Bau einer weiteren Pyramide. Untertitelung des ZDF für funk, 2017